ARD Text im Auftrag von Funk 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 und ich habe es professionell in leuchten Schlafschütze ich habe mein Motto nicht genannt oder wer weiß habe ich mehr Schildkapazität und weiteres ist ein paar offensichtlich verkaufen die Dingsbum und sind doch die Dingsbum zu haben jetzt kommen wir raus ja die hätte ich ja gerne genommen aber jetzt hat sie anders eingesackt ich habe es ja nicht mitgenommen das kann dann ja wieder nur einer gewesen sein hier müssen wir runterspringen was war es da an der Krass? war es das hier? oder war es? ach das ist doch scheiße warum hat er denn jetzt ist das die? ansonsten hätte ich noch dann hätte ich noch die hier und das war es an des heutläufels ja ok die sind beide Kocker kannst du beide wieder einsammeln DAS! ich höre mir an Mama ich heiße Chris ach so hier geht es der zweite oder was? ne jetzt hier sind wir wieder am Anfang ne? wir müssen halt jetzt glaube ich wieder zurück wir werden 100% noch Nebenquests finden naja das auch aber den Montag haben wir halt keine ne ich meine jetzt vor dem Ding haben wir glaube ich schon also gibt es theoretisch noch Nebenquests das weiß ich nicht das heißt denn ja wir haben sie aber nicht davor angewiesen also können wir ich bin Juni oh ich bin Juni ich heiße Feuerschaden oh Feuerschaden das fickt mich halt jetzt gut aber ich habe auch also du bist ein Toast ja aber was wäre denn nach Wache? nein was wäre denn nach Wache? ach cool das hat auf jeden Fall einen coole Schuss und der Skin von der Waffe ist auch gar nicht so weit finde ich ähm so wie wird wird das? hm? ahhh mein Gott ein Jahrzehnt später lell so weit Kommandant wöchle ha 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 okay Killer ich bin wieder in Sanctuary sei vorsichtig die Bloodshots lagern überall um den Damm herum besorgt dir ein Gefährt das ein paar Kugeln abfällt Leute, aber die Waffe macht literally zero damage. Was macht die zero damage? Die Waffe oder was? Ja. Oder mach ich nur einfach zero damage. Alter. Was war denn? What the fuck. Ja, wunderbar. War da ein bisschen belastet? Ja. Hä? Hallo. Eieiei. Ich hab eine Granate auf das fest geworfen. Ich hab eine Granate auf das fest geworfen. Ne. Achso. Das war nicht so nett von Douglas. Ja, das tut nicht gut. Wie ist das passiert? Wie ist das? Nein. Dass du gestorben wärst, wäre noch ein bisschen geiler gewesen. Ohohoho. So witzig fand ich das jetzt eigentlich nicht. Das war schon mein Ernst. Deine Mutter? Oh, du meinst schon. Ja, ja. Bist du mich mal grad da dran, Tuki? Warte, ich muss erstmal ein Skin aussuchen. Ja, das will ich ja auch. Propan? Tuki. Was? Ey, mal nur einer! Gott, ey. Das ist schon fast. Obis. Wie müssen wir denn jetzt überhaupt finden? Mal gucken. Achso, wir müssen wir in die andere Karte wieder. Und auf der Karte seh ich auch keine Quest mehr. Schon wieder weit weit weg gefahren sind. Achso. Wir halten auch genau bei dir dran sind. Und... Okay. Ich hab jetzt den gleichen Skin ausgesetzt. Ja, okay. Ja. Ja. Easy going, guys. Wuuuuhuuu. Wo müssen wir lang? Hier? Ja, an die andere Map auf jeden Fall. Ja. Das sindодien�y... Geht echt Windows. Ich bin jetzt sicher wir gerade 나오� curren, damit hat er Rache. Gott! Er hat eine coole Waffe. Ja, bei mir war gerade interessant aber also keine coole Waffe. Das war ziemlicher Bullshit. Komm, da ist noch eins, da ist ein schwarzes Brett. Ich glaub das ist immerhin idealer Ort für Nebenmission und so, wenn dich ist einfach nur das Zeichen dafür für ein schwarzes Brett, ne? Ich glaub da ist doch keine Nebenmissionen, das ist nur das Zeichen, Schwer zu brechen. Was macht ihr denn jetzt hier? Was? Was stecken jetzt, Hobbies? Opsa. Ich guck mal auf die Map, wo wir hin müssen. Ihr macht nichts, Alter. War nicht der Plan. Wow, hast du hier gesehen? Ich kette es da, Lukas. Scheint keiner da zu sein. Mach einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Ja, hupe mal hier. Y ist hupen. Du Hommel. Aha. Warum steht hier schon wieder? Ich öffne das Tor. Schleck das Augen und schrecken. Hey, ihr Idioten. Das ist keins von unseren Fahrzeugen. Na pssch. Doch. Awww. So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in den Truck ankommst, der wie einer von Ehrenauer zieht. Reden mit meiner Verwandten draußen mit dem Dust. Die Ersorgte soll nicht geschliffen. Alter, Alter, Alter. Mein... Mann. Ali wohnt weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig, Amigo. Alter, wie so eine gesenkliche Aufwehr. Es ist das Aim über eine Zunge spieren. Ah. Chris ist tot. Ah ja, der scheiß Fahrzeug stört gleich nochmal. Ich gehe raus. Was ist denn Chris? Da hinten. I'm coming Chris. To the rush Q. Keine Starkel. Ich blick gleich wieder zusammen. Er reicht jetzt hier hoch an. Er reicht jetzt hier hoch an. Er reicht jetzt hier hoch an. Ja, weil das andere fast am Arsch war, oder nicht? Oder regeneriert das? Nein, wir regenerieren. Erstmal andocken. Oh, was ist das für eine geile Waffe? Oh, was ist denn die geile Waffe? Oh, was ist denn die Rage? Das sind ja nur die krassesten Waffe. Das sieht bei mir gerade voll scheiße aus. Das ist so ein schwarze mit fucking Kevlar. Kevlar. What the heck? Das ist geil aus. Das wolltest du nicht. Also. Hm. 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 Äh ne. Ne, das wollen wir aber nicht. Nice, nice Jumps und so. Ich hätte dich killen sollen, als ich Disaster zu hatte. Die ist ja gar nicht so geil. Harry, die Disaster. Du willst lauter schrecken. Oh. Ah, der hat aber viel Waffe bei sich da. Da kommt schon ein Morden. Gibt das eigentlich nicht? He he, das war super. Hallo. Voll die geile Stimme. Das ist richtig. Ah, das ist richtig. Lukas, Lukas, Lukas. Hab dich gar nicht gesehen. Ha 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 ha.